Es gibt Sachen, über die darf man nicht reden. Sachen, die früher passiert seien. Aber dass man nicht drüber reden darf, das heißt nicht, dass man es je vergessen kann. Es gibt nämlich Sachen, die lassen sich nie mehr vergessen. Wer bist du? Ryder. Was willst du da bei uns? Wir machen also Bilder mit seinem Kasten. Du hast dich schön kümmern um ihn, aber nicht zu schön. Und du kommst echt aus Amerika? Ja. Gibt es da wirklich Indianer? Und wieso sprichst du dann Deutsch? Die Männer. Wer sind die? Die Söhne. Brennerbauer. Bist es du? Und deine Mutter? Von da an hat es nicht mehr lange gedauert. Die sind lang bei uns, die Winter. Bevor es finster geworden ist. Bei uns im Tal. Ich möchte beichten. Ich habe das wunste Gebot gebrochen. Ich habe getötet. Wer bist du? Das, was dumm ist geschehen ist, das erzählen sie gleich heute noch. Wann ist die Hochzeit? Weit. Ich will, dass du es bist. Tanz! Die Totenglocken. Sie werden kommende mich suchen. Evelyn lebend. Sie werden zu uns kämmen. Nein. Ich komme zu denen. Die Freiheit ist ein Geschenk, das sie nicht jeder gern machen lasst.